Are you ready? Attention! Go! Macht richtig Spaß. Tut gut. Ja, super! Aber wir gewinnen. Wir sind die Gewinner. Wir sind die, die gewinnen wir. Ja, irgendwie scheint bei allen Teams beste Stimmung angesagt zu sein. Insgesamt 23 sind am Start beim ersten Stuttgarter Indoor Drachenboot Cup und die bringen das Wasser mal so richtig zum Glühen. Die Teams müssen versuchen, wie beim Zauziehen, sich gegenseitig wegzuschieben. Die sechs Leute gucken sich jeweils an und versuchen den anderen, so einen Meter zwanzig, nach hinten zu schieben. Um diesen mörderischen Kraftakt zu bewältigen, ist natürlich das richtige Heißmachen gefragt. Zum Teil auch mit merkwürdigen Ritualen. Aber okay, bei den Jungs hat's geklappt. Am Ende belegen sie Platz 3. Der Sieg geht an den Bodensee ans Team Zeppelinos. Aber das ist ja nur Nebensache. Die Hauptsache, oder besser die Haupterkenntnis an diesem Tag für unseren Kameramann, spricht keinen Verlierer falsch an. Ihr habt ja gewonnen, ne? Nein, durch die Kamera. Was ist das? Okay, das unfreiwillige Bad bleibt ihm dann doch erspart. Das müssen andere für ihn nehmen. Passt aber irgendwie zu dieser spaßig gelungenen Veranstaltung. Das ist ja leer. Vielen Dank. Vielen Dank.